Die Sonne scheint weiter über Borussia Mönchengladbach, oder? Immer noch Tabellenplatz 3, obwohl jetzt nach langer Siegesserie gleich zwei Pflichtspiele in Folge verloren wurden. Bahnt sich da etwa eine negative Serie an? Wir haben zwei Spiele bis jetzt erst verloren, also wofür eine Krise? Also das ist lächerlich. Also können die anderen alle behaupten, ich sehe das anders. Also in drei Wettbewerben noch dabei, läuft alles bestens. Die Saison ist bis jetzt ziemlich gut verlaufen und jetzt zwei Niederlagen, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Die beiden Niederlagen werden uns nicht umhauen. Ich meine, man kann nicht immer gleich top sein und ich denke mal schon, das sind jetzt vielleicht ein paar Spiele, aber das wird schon wieder. Ich denke, dass wir nicht so hohe Ansprüche haben sollten, jedes Spiel zu gewinnen. Ich denke, dadurch lassen wir uns jetzt nicht aus der Ruhe bekommen. Es ist normal, dass man mal hin und wieder ein Spiel verliert. Wir sind nicht der FC Bayern, glaube ich, und ich glaube, wir bereiten uns jetzt gut aufs Euroleague-Spiel vor und da wollen wir drei Punkte mitnehmen. Genau, wir gehen davon aus, dass es okay ist, auch mal zu verlieren. Und umhauen wird uns das erst recht nicht. Wie gesagt, der aktuelle Tabellenplatz da oben mit schon 20 Punkten liegt sogar über den Erwartungen von vielen. Wir haben uns da auch keine Erwartungen irgendwie gesetzt, denn wir wollten da von Spiel zu Spiel gucken. Wir wussten, dass wir viele Spiele vor der Brust haben, dass viel durchgewechselt wird. Ich denke, das hat der Tenor gut hinbekommen. Und ja, zwei Niederlagen, ich denke, da dürfen wir uns jetzt nicht verrückt machen lassen. Das ist der kommende Gegner. Das Rückspiel in der Europa League beim FC Wea Real kommt am Donnerstag auf uns zu. Das Hinspiel im Borussia-Park ging Mitte September 1 zu 1 aus, obwohl mehr drin war für die Borussia. Ja, natürlich, wir hätten die Dei-Punkte mitnehmen können, haben es leider verpasst. Ich denke, jetzt versuchen wir es am Donnerstag gut zu machen und dass wir da gut in der Euro-League dastehen. Die Fans haben die Borussen auch beim heutigen Training wieder regelrecht belagert. Und Sorgen machen sich viele Fans, ob klein oder groß, auch nicht. Wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt, hat man ja im Hinspiel schon gesehen, dann sollte das auch machbar sein. Wir werden jetzt gegen Villarreal, denke ich, mal einen Punkt holen. Und dann Kramer und Stranz, die fit sind, packen wir das wieder. Ich denke mal, da werden wir wieder zuschlagen. Bestimmt. Also das nächste ist Donnerstag. Ich denke, dass sie da mindestens drei Punkte holen und dann am Samstag oder am Sonntag gegen Wolfsburg jetzt natürlich ein bisschen schwer mitbestreiten. Aber ich denke schon, dass da mindestens ein Punkt drin ist. Martin Stranzl und Chris Kramer haben auf jeden Fall auch heute wieder individuell trainiert. Am Donnerstag will natürlich jeder wieder dabei sein. Auch Fabian Johnson war nach muskulären seinen Problemen wieder voll im Training dabei. Auch er hofft natürlich auf weitere Spielzeiten. Auf welcher Position, ist fast egal. Generell zu spielen ist mir am liebsten. Jetzt schauen wir halt, wie es demnächst sein wird. Der Trainer wird es schon richtig steuern und dann, ja, ich freue mich einfach drauf. Ich mache mir eigentlich keine Gedanken. Ich versuche gut zu trainieren, da dran zu bleiben, viel mit dem Trainer und ich denke, ich werde da meine Spiele bekommen. Immer schön. Immer. Immer. Ja. Da. Ja. Wenn.